Simulacron X Was ist das? Spielst du schon wieder? Leicht resigniert blickte der Vater auf den Monitor, der die Aufmerksamkeit seines Sohnes fast völlig gefangen nahm. Mechanisch erklärte dieser, Das ist kein Spiel, das ist eine Simulation. Der Erwachsene schüttelte kaum merklich den Kopf, bevor er nachhakte. Was macht die Schule? Ohne die Augen vom Bildschirm zu nehmen, erwiderte der Junge gereizt, Nerv nicht rum und reg dich ab. Alles vierlagig, du wirst eh nur neidig, wenn du meine Noten siehst. Der Ton des Eltern klang deutlich schärfer, als er seinen Sprössling zurecht wies. Vorsicht, Bürchen, pass auf, wie du mit mir redest. Dennoch musste er grinsen. Im Grunde genommen hatte der Jugendliche recht. Über die schulischen Leistungen seines Sohnes brauchte er sich wirklich keine Sorgen zu machen. Neugierig trat der Erwachsene näher an den Monitor heran. »Wie heißt das Spiel?«, fragte er interessiert. »Die Simulation?«, erläuterte der Jugendliche, als spräche er zu einem grenzdebilen Mongo, wie er sich wahrscheinlich ausgedrückt hätte. Den vorlauten Tonfall seines Sohnes ignorierend, wiederholte der Vater. »Wie heißt die Simulation?« »Simulakron«, sagte der Junge lediglich, während er eine Reihe von Befehlen eingab. »Ein Strategiespiel.« Ohne auf das unbeabsichtigte Geständnis seines Nachwuchses einzugehen, bohrte der Erwachsene weiter. »Und worum geht es da?« Ungeachtet der Tatsache, dass es sein Vater war, zu dem er sprach, begann der Schüler voller Begeisterung mit seinen Ausführungen. »Es geht um einen Planeten mit intelligenten Primaten. Nachdem sie gelernt haben, Feuer und Waffen herzustellen, haben sie sich allmählich immer weiter ausgebreitet und entwickelt, sodass verschiedene Völker und Staaten entstanden sind. Als ich eingestiegen bin, waren sie gerade in der Bronzezeit angekommen. Mittlerweile sind wir in der Eisenzeit. »Muss man das nicht so am Anfang anspielen?« Der Junge verdrehte die Augen. »Ach, Ötzi, das ist ja voll Mittelalter. Das ist ein Online-Community-Game. Da kann man jederzeit einsteigen.« Ohne den verzweifelten Blick seines Zuhörers, der sich gerade hoffnungslos veraltet vorkam, zu bemerken, erklärte er, »Auf dem Planeten gibt es mittlerweile etwa eine Milliarde Einwohner. Das Coole ist, dass die Umgebung seit dieser Version frei skalierbar ist. Du kannst ein ganzes Land übernehmen, ein Dorf, eine Armee, sogar eine einzelne Person. Der Server passt deine Umgebung und dein Horizont immer der Ebene an, auf der du dich gerade befindest.« Der Vater staunte. »Kann dann nicht einer ein Land oder sogar einen ganzen Kontinent übernehmen und alle anderen blockieren?« »Es ist ja so Meta!« »Die früher Version bewegte sich immer nur auf einer Ebene. Wenn man auf verschiedenen Leveln spielen wollte, musste man immer zwischen den Versionen hin- und hershiften. Das hier ist die zehnte Version, Simulacron X. Da haben die es tatsächlich geschafft, die Vorgänger-Versionen miteinander zu verknüpfen und hier raschig zu ordnen. Das heißt, einer kann einen Start lenken und meinetwegen seine Flotte gegen den Feind schicken, aber ich kann einen einzelnen Matrosen oder Käpt'n spielen und auf einem einzelnen Schiff dieser Flotte eine Meuterei anzetteln. Die Simulation rechnet dann die Folgen hoch, sodass der andere Spieler reagieren muss. Der Erwachsene überlegte. »Und wenn du in dem Spiel stirbst?« Angenommen, deine Meuterei scheitert und du wirst hingerichtet. Der Jugendliche grinste. »Dann kann ich neu einsteigen und in einer beliebigen freien Unit respawn.« Im Grunde genommen können über eine Milliarde Leute weltweit sich einklingen. »Allerdings weiß ich nicht, ob dann nicht die Server abkangen würden.« »Ausdruck«, ermahnte ihn der Ältere trocken. Nichtsdestotrotz war er fasziniert von den beschriebenen Möglichkeiten. »Kann man auch die Einheit eines anderen übernehmen? Oder werden die geblockt?« »Jede Unit, die du übernimmst, gehört dir, bis sie stirbt bzw. zerstört wird. Es sei denn, du gibst sie vorher frei. Dann wird sie von der KI auf der Basis der von dir vorgegebenen Eigenschaften und Entscheidungen weiter simuliert und agiert als sogenannter Independent Agent. So eine unabhängige Unit kann man allerdings genauso übernehmen wie eine freie. Nur, dass der neue Spieler ebenso durch das Vorleben der Unit eingeschränkt ist wie die KI. »Und wie viele dieser Units darf man spielen?«, wollte der Vater wissen. »Gleichzeitig?« »Hängt von den erworbenen Erfahrungspunkten ab. Maximal eine je Hierarchie-Ebene. Aber man kann sich auch einen Charakter mit anderen teilen. Nennt sich Multiple Personality Mode. Der ist die Figur über eine Gruppe von Spielern geblockt. Und jeder aus dem Team kann sie spielen, wenn sie gerade nicht belegt ist. Das Grinsen des Jungen nahm einen leicht boshaften Zug an. »Damit kann man andere Spieler echt kirre machen.« Sein Gesprächspartner ignorierte den Satz und wandte sich wieder in den Bildschirm zu. »Und was ist das Ziel des Ganzen?« Der Teenager schüttelte den Kopf. »Gibt's nicht. Kann sich im Grunde jeder selbst aussuchen. Viele zocken das Ganze einfach nur als Ego-Shooter oder Strategie spielen. Aber manche machen richtige Wirtschaftssimulationen.« Der Erwachsene resümierte. »Also habe ich das richtig verstanden. Es handelt sich nicht um eine gigantische Simulation, sondern es sind aber tausende verschiedene Simulationen, die parallel laufen und an den Berührungspunkten synchronisiert werden und sich dadurch gegenseitig beeinflussen. »Wie tief geht der Simulationsgrad auf den einzelnen Ebenen?« Der Schüler erläuterte, »Das hängt vom Abstraktionsgrad der jeweiligen Hierarchieebene ab. In den höheren Ebenen sieht man beispielsweise nur die Großwetterlage, aber etwas darunter dann das lokale Wetter und auf der Personenebene nimmt man sogar die einzelnen Regentropfen wahr und ob der Wind böig ist oder gleichmäßig.« Sein Zuhörer stieß leise einen anerkennenden Pfiff aus. »Und die Personen selber?« »Die sind das Geilste überhaupt. Die sind so der meisten realistisch, dass es quasi echt ist. Sie schwitzen, haben schlechten Atem, an alles wurde gedacht. In einigen Foren wird ernsthaft darüber diskutiert, ob sie ein eigenes Bewusstsein haben.« Über der Stirn des Erwachsenen erschien das sprichwörtliche Fragezeichen. »Sie haben schlechten Atem?« »Wie merkt man das denn?« Die Begeisterung des Schülers steigerte sich zunehmend. »Manchmal kriegt man es gesagt, aber meistens sieht man es an der Reaktion anderer Personen.« »Was?« »Ich meine, diese Reaktionen sind doch irrsinnig subtil.« Ohne daran zu denken, mit wem er gerade redete, meinte der Teenager, »Das ist doch gar nichts. Was meinst du, wieso Tier die Reaktion beim...« Er brach ab, als ihm die Identität seines Zuhörers wieder zu Bewusstsein kam. Dieser grinste frivol. »Beim?« Stichelte er ein wenig und bemerkte dann gelassen, »Du brauchst nicht näher ins Detail zu gehen, mein Sohn. Ich war auch mal jung. Immerhin musst du keine Alimente zahlen, wenn's schief geht.« Der Vater wandte sich zu seinem Sohn, als die erwartete, schnippische Antwort ausblieb und prustete laut los, als er den hochroten Kopf des Jugendlichen sah. »Ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Angesichts des verlegenen Blicks seines Spröchlinges setzte er hinzu. »Du spielst also auch gern Ego-Shooter?« »Und was machst du, wenn du gerade mal nicht...« Der Junge fand endlich seine Sprache wieder. »Äh, äh...« Der Alte winkte beschwichtigend ab. »Nein, ernsthaft, hast du eine besondere Zielsetzung?« Immer noch ein wenig kleinlaut, erklärte der Schüler. »Na ja, ich mach gerne soziale und psychologische Experimente.« Der Vater hob die Augenbrauen. »Soziale und psychologische Experimente?« »Was für welche?« Der Sohn deutete auf den Monitor. »Pass mal auf. Siehst du das kleine Meer zwischen diesen beiden Kontinenten?« »Ganz rechts auf dem schmalen Streifen zwischen Küste und der Wüste im Osten lebt ein Volksstamm, für den ich eine Religion erfunden habe. Und da probiere ich aus, wie weit ich durch religiöse Vorgaben Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen kann.« Der Vater blickte ihn ungläubig an. »Du spielst einen Gott?« Der Teenager schüttelte den Kopf. »Nicht direkt? Das geht nicht. Aber ich gebe mich ab und zu als Prophet oder göttlicher Sendbote aus und erzähle ihnen, was ihr Gott gerne möchte.« »Und die glauben das?« Der Erwachsene blickte ein wenig fassungslos, als sein Sprössling erläuterte. »Würden ich mir die richtigen Leute aussuchen, das geschickt anstelle? Ja. Immerhin habe ich so dieses Mädel, dass ich, ähm, dass ich, ähm, du weißt schon. Also, die habe ich auch damit rumgekriegt. Und ich habe sogar dafür gesorgt, dass sie nicht von ihrem Mann verstoßen wurde.« Der Tonfall des Eltern verriet seine Missbilligung. »Ach, verheiratet ist sie auch noch. Ich frage mich, was deine Mutter dazu sagen wird, wenn sie erfährt, aus welchen Verhältnissen ihr erstes Enkelkind stammt.« Ein Anflug von Panik erschien auf dem Gesicht des Jugendlichen. »Echt jetzt, Dad? Wenn du mal irgendwas davon verrätst, dann...« Ein dröhnendes Gelächter unterbrach seinen Redefluss. »Hahaha, so, und du hättest dein Gesicht gerade sehen sollen.« Immer noch gereizt, aber deutlich beruhigter, ätzte der Jugendliche. »Das ist nicht witzig.« »Also, ich find's komisch.« Immer noch kichernd fragte der Vater. »Mal was anderes. Wie geht's der jungen Dame eigentlich zurzeit?« Kurz schwieg der Schüler betreten. Dann sagte er verlegen. »Keine Ahnung. Ich kann ja mal nachschauen.« »Ähm... Augenblick. Ups. Ich glaub, ich bin gerade Vater geworden.« »Junge oder Mädchen?« »Was soll ich das wissen?« kam die genervte Antwort. Mit geheuchelter Unschuldsmine erläuterte der Ältere. »Oh, es gibt da körperliche Merkmale, die sehr zuverlässig...« Der Jugendliche explodierte fast. »Echt jetzt? Kannst du's lassen?« Beschwichtigend erwiderte der Erwachsene. »Ist ja schon gut. Beruhig dich. Und, was ist das jetzt?« Der Befragte wandte sich wieder dem Bildschirm zu. »Äh, so wie's aussieht, ein Junge«, sagte er. »Sohn eines göttlichen Sendboten«, verkündete der Vater mit gewichtiger Miene. »Sohn ihres Gottes«, korrigierte sein Sohn und erklärte. »Naja, ich habe sicherheitshalber etwas dicker aufgetragen.« Der Erwachsene verdrehte die Augen. »Sehr realistisch.« »Sag mal, Sohn, wie wäre es mit einem weiteren kleinen Experiment?« Der Junge hob die Augenbrauen. »Was hast du vor?« »Kannst du sehen, ob irgendwo Leute in der Nähe sind?« »Der müsste hier kurz in eine höhere Ebene schiften. Warte.« »Aah, wenig los im Moment. Die meisten schlafen, weil gerade Nacht ist.« Der Vater zeigt auf ein Feld ein wenig außerhalb der Bebauung. »Was sind das da für welche, außerhalb des Dorfes?« »Scheinen irgendwelche Hirten zu sein?« Im Blick des Erwachsenen erschien plötzlich ein lauerndes Funkeln. »Perfekt.« »Kannst du denen auch als göttlicher Sendbote erscheinen?« »Klar. Was soll ich denen sagen?« »Tja, was könntest du denen sagen?« »Mal überlegen.« »Ich hab's. Sag ihnen Folgendes.« Aufmerksam lauschte der Jugendliche den Worten seines Erzeugers. Dann tippte er. »Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr.« »Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch die Psychiatre.« »Fürchtet euch nicht, denn seht, ich über zu, ich bin von uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!